Alarm Wir in der Not Ein Glück, dass ihr so schnell hier seid! Da oben! Da, Sam! Keine Sorge, Gwendoline, das ist wirklich ganz leicht. Die Stützen für Jupiter ausfahren! Jupiter steht stabil! Beeilung, Sam! Ich fahre jetzt den Korb hoch, Sam! Etwas näher ran, Penny! Na, Tiger? Unten ist es doch viel schöner. Hey, nicht so voreilig. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Klappt doch immer wieder. Alles klar, Penny! Lass mich runter! Oh, danke, Sam! Achtung, Sam! Ich fahre dich runter! Ein Glück! Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier, bitte, Penny! Oh, Sam! Wie kann ich dir nur danken? Tiger hatte so schreckliche Angst. Wenn er wirklich Angst hätte, würde er wohl nicht andauernd darauf klettern. Ach, Tiger! Er vergisst immer, wie hoch das ist. Halt! Wartet! Habe ich was verpasst? Ich will was Spannendes mit meiner neuen Kamera aufnehmen. Tja, viel ist heute nicht passiert, Mandy. Ich habe nur Tiger vom Dach geholt. Schon wieder? Ich weiß was! Könnt ihr Tiger nicht wieder aufs Dach setzen für mich? Ich glaube, das ist keine gute Idee, Mandy. Aber ich will das doch filmen! Oh, mein armer Tiger. Auf keinen Fall! Wiedersehen, Mandy! Norman! Was? Ich möchte nur in deinem Film sein. Hey, natürlich! Wieso drehen wir nicht einen richtigen Film zusammen, hm? Und dein Bruder ist da hoch und hat ihn gerettet, Charlie? Sam ist ein großer Held, nicht wahr, Tiger? Feuerwehrleute sind sehr mutig. Was ist denn mit Fischern? Fischer sind auch mutig. Oh, natürlich sind sie das. Ja, Dad! Du bist unser Held. Tja, dann gehe ich jetzt mal los. Richtig schöne, große Fische fange ich. Sarah! James! Hey, ihr zwei, hört mal! Wir suchen Schauspieler! Wir brauchen Fischer, Charlie! Keine Panik! Ich bin unterwegs! Es wird alles wieder gut! Hüpp! Ja, keiner ist so toll wie Charlie! Warum kannst du nur du der Held sein? Weil ich der Star in diesem Film bin. Ich hatte die Idee zuerst. Charlie? Alles in Ordnung? Äh, nein. Äh, ich mein, ja. Äh, ich, ich muss los. Bis nachher, Gwendoline. Ich habe eine super Idee für mein Kostüm. Wartet hier. Ich komme gleich wieder. Bist du das, Norman? Ich bin in der Dusche. Entschuldigung, Mom. Tada! Was soll denn das bitte darstellen? Mein Kostüm. Ich bin ein Superhild! Oh, wo ist denn der Vorhang vom Badezimmerfenster? Norman! Äh, ha, 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 ha. Ja, ich habe eine tolle Idee. Äh, Sarah kann so tun, als ob sie in Schwierigkeiten ist. Und ich rette sie dann. Ähm, Achtung! Und... Action! Norman! Die Kommandos gebe ich. Immerhin ist das meine Kamera. Oh, bitte, Mandy. Du kannst nicht alles machen. Na klar, schon gut. Action! Haha, hier bleibst du nun auf dieser Insel. Und niemand wird deinen Rufen hören. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. James? Oh. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, bitte, rettet mich. Ha, keine Angst. Norman Man ist da. Ich rette dich. Moment noch. Norman Man? Hilfe, 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 Hilfe. Oh, bitte, rettet mich. Komm schon, Norman Man. Wir warten alle. Hilfe, oh, bitte, rettet mich. Hilfe, Hilfe. Hm? Hilfe, so rettet mich doch. Rühr dich gar nicht, Sarah. Äh, Fischer Charlie kommt zur Rettung. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh, bitte, rettet mich doch schnell. Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht. Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten, oder nicht? Ich komme, Sarah. Ich komme. Dad. Hilfe. Ich hänge fest, Sarah. Hilfe. Die Rettung ist nah. Norman Man ist da. Norman. Hör auf mit dem Quatsch. Du bist nicht wirklich ein Superheld. Ich laufe los und hole Feuerwehrmann Sam. Hilfe. Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrentung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Halt dich fest. Keine Angst, Ed. Feuerwehrmann Sam ist gleich da. Hilfe. Ja, da ist er. Superheld. Ja, alles gut. Ein Glück, Sam, Penny. Was ist denn passiert, Charlie? Weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich habe den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Aha. Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll. Klasse, Sam. Ja, das hat Sam super gemacht. Na, Tiger. Dein Held ist jetzt ein Filmstar. Das ist mir unglaublich peinlich. Nicht so peinlich wie mir, als ich vorhin merkte, dass der Badezimmervorhang weg ist. Psst. Ihr verpasst noch das Allerbeste. Was ist mit Norman, man? Ich bin auch ein Held. Norman. Das ist Sams dritte Rettungsaktion an einem Tag. Und das ist mein Badezimmervorhang. Norman. Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.